Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Der globale Optimismus an den Finanzmärkten treibt seit geraumer Zeit nicht nur die Kurse für Aktien nach oben, auch viele Rohstoffe wie Öl oder Industriemetalle konnten davon profitieren. Der Kupferpreis notiert aktuell sogar auf seinem 10-Jahres-Hoch. Anders sieht es aus beim Gold. Höhere Anleiherenditen in den USA machen eine Investition derzeit unattraktiver. Ob sich diese Trends so einfach fortsetzen dürften, darüber sprechen wir heute mit dem Leiter des Rohstoffresearch der Commerzbank. Hallo Herr Weinberg. Hallo Herr Kesselhut. Blicken wir zunächst auf den Goldpreis. Wie ist die Lage hier aus Ihrer Sicht und was muss passieren, damit die Kurse wieder anziehen können? Schaut man jetzt die Entwicklung der Goldpreise in den vergangenen Monaten an, muss man feststellen, dass es bereits sehr viel Gegenwind auch schon vor der kurzfristigen Korrektur gegeben hat, weil ja Gold als sicherer Hafen nicht mehr so stark nachgefragt wird wie im Zuge der Pandemie in der ersten Jahreshälfte des letzten Jahres. Das heißt also, Gold als sicherer Hafen hat bereits ein bisschen an der Bedeutung eingebust und jetzt kommen jetzt noch mal Pech hinzu mit den steigenden Zinsen in den USA und dadurch wird natürlich die zinslose Anlage Gold weniger attraktiv, weil es wieder etwas zu verdienen gibt. Allerdings muss man ja nicht die Nominalzinsen betrachten, sondern die Idealzinsen, also abzüglich der Inflation. Und diese sind nach wie vor extrem niedrig. Die dürften auch weiter niedrig bleiben, sogar wieder negativ werden, weil die Inflationsängste und die Inflation zunimmt. Und im Zuge der steigenden Inflationsängste wird natürlich auch die inflationssichere Anlage, der Inflationsschutz schlechthin, Gold wieder attraktiver. Und deswegen sind wir überzeugt, dass die Goldpreise nach einer kurzfristigen Korrektur sich wieder stabilisieren werden und zum Jahresende wieder über die Marke von 2000 Dollar pro Feinunze wieder steigen werden, weil ja dieses Inflationsbedürfnis und auch das Bedürfnis nach mehr Sicherheit zunehmen werden. Wie sieht es aus beim kleinen Bruder Silber? Silber konnte zuletzt von einem Flashmob-ähnlichen Ereignis profitieren. Sind die Kurse zu weit gelaufen? Ja, man muss schon sagen, dass insgesamt sich das Verhältnis zwischen Silber und Gold in den vergangenen zwölf Monaten mehrmals hin und her gewechselt hat. Zunächst einmal im Zuge des steigenden Sicherheitsbedürfnisses ist der Goldpreis sehr stark im Vergleich zu Silber gestiegen. Das Verhältnis zwischen dem Preis für Gold und Silber ist auf 120, 130 gestiegen. Das ist historisch sehr, sehr, sehr viel. Und dann, als wieder der Optimismus zurückkehrte und man jetzt seine stärkere Konjunktur in den kommenden Monaten erwartet hat, hat natürlich Silber von seiner dualen Rolle als auch Industriemetall profitiert. Das Verhältnis ist zurückgegangen und im Zuge dieses Anstiegs der Privatinvestoren noch viel stärker. Damit ist die Unterbewertung von Silber im Vergleich zu Gold mittlerweile abgebaut. Aber ich sehe durchaus Potenzial, sowohl bei Gold als auch viel mehr längerfristig bei Silber, weil ja natürlich Silber sich nicht nur im Schatten von Gold bewegt, sondern durchaus noch stärker nach oben ausschlagen dürfte, wenn es jetzt tatsächlich diese Nachfrage nach inflationssicheren Anlagen wieder zurückkommt. Ein anderer Rohstoff, der auch stark gestiegen ist in den letzten Monaten, ist Öl im Zuge der Spekulation auf die Wiederbelebung der Wirtschaft. Sind wir hier vielleicht auch schon zu weit gelaufen? Nein, man muss schon sagen, also wenn man jetzt die Entwicklung der sogenannten Netto-Long-Positionen der Anleger, das heißt die Stimmung der Großanleger am Markt betrachtet, dass schon sehr viel des Guten eingepreist ist. Man erwartet bereits eine Wiederbelebung der Nachfrage. Man rechnet damit, dass die OPEC die Produktion wieder oder weiterhin freiwillig zurückhalten wird, und deswegen sind die Preise bereits gestiegen. Das heißt also, es ist schon sehr viel eingepreist und damit ist natürlich das Potenzial nach oben relativ begrenzt. Wir rechnen zum einen damit, dass die OPEC durchaus mehr produzieren wird in den kommenden Monaten und auch, dass die Nachfrage sich nicht so schnell und nicht so stark wiederbelebt, wie man vielleicht erwartet. Und deswegen rechnen wir hier eh mit einer Korrektur der Preise in den kommenden Monaten. Vielleicht noch ganz kurz zum Kupfer, zehn Jahre hoch erreicht. Wie geht es weiter? Es ist ja im Begegensatz zu Öl im letzten Jahr nicht so stark unter die Rede gekommen und da kommt natürlich Kupfer vor allem die Tatsache zugute, dass China mehr als die Hälfte der gesamten Metallnachfrage ausmacht. Deswegen sind die Preise nur nach einer kurzen Verwaltdauer, nach einer kurzen Verschnaufpause wieder sehr stark gestiegen im Zuge der steigenden Wirtschaft in China. Das hängt auch weiterhin vom Schicksal Chinas ab. Wir sehen das Potenzial nach oben als relativ ausgereizt an und rechnen auch hier eher mit einer Preiskorrektur in den kommenden Wochen und Monaten. Vielen Dank, Herr Weinberg, für diese Einschätzung. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen.